Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der NM News. In Karlsdorf waren wir, untersuchen die Behörden aus Ruppertal einen Fall unprofessioneller Pflegeleistung. Im Fokus steht dabei die Pflegefachkraft Ella Meininger aus dem Pflegehalten St. Holbatsch. Hier wird Unfreundlichkeit, Mangel des Können und Unmöglichkeit vorgeworfen. Dazu der Pflegefienstleiter. Ja, um ehrlich zu sein, wirkte sie ein bisschen komisch von Anfang an, aber bei dem heutigen Personalmannen... Schwester Ella hat mich einfach vergessen. Seit Ella diesen Job hat, ist sie total unzuverlässig und unpünktlich. Das sagen alle, die sie kennen.